Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf weplayhandball.de. Heute geht es um den Momentum 2, um das Update des relativ stabilen und schweren Volleyballschuhs von Mizuno, der allerdings auch immer mehr Fans im Handball findet. Was neu ist, das zeigen wir euch jetzt. Es sind einige Unterschiede von Mizuno in die neue Generation des Projekt Momentum eingearbeitet worden, die diesen Schuh etwas filigraler, tatsächlich auch etwas leichter machen. Es ist natürlich immer noch ein stabiler Schuh, immer noch relativ schwer, aber es ist auf jeden Fall filigraner und damit im Handball noch besser verwendbar als die erste Generation. Das habt ihr vielleicht bei der WM auch schon gesehen, wo einige Spieler in diesem Schuh performt haben. Ich zeige euch mal die wesentlichen Unterschiede. Das erste ist ein Uppermaterial, was das PU deutlich freier lässt und im Vorgängermodell waren hier viele TPU-Overlays, die das Ganze etwas weniger flexibel oder agil gemacht haben. Das zweite ist hier eine Schnürung, die jetzt außerhalb ansetzt, also nicht mehr innerhalb ansetzt, wo viele Druckstellen das Ganze etwas unkomfortabel in dieser PUTI-Konstruktion gemacht haben. Hier wird außen die Schnürung angesetzt und selbst wenn ihr ihn wirklich sehr, sehr eng zieht, gibt es keine Druckstellen, immer noch einen sehr komfortablen Tragekomfort. Das dritte ist, dass hier im Schaftbereich einiges verändert wurde. Erstens ist er nicht mehr ganz so dominant, also nicht mehr so dick wie das Vorgängermodell. Das macht das Ganze etwas filigraner und leichter. Und das zweite ist, dass hier auf der Außenseite nicht mehr diese relativ dicken 3D-Prints verbaut sind, die diesen Schaft noch breiter gemacht haben, als er eh schon war. Das heißt, alles in allem nach wie vor ein Schuh für Stabile oder für Spielerinnen und Spieler, die einen stabilen, aber trotzdem komfortablen Handballschuh suchen, der jetzt sicherlich für Handballanforderungen besser designt worden ist. Nach wie vor eine Top-Zonen-Konstruktion, die Wave-Dämpfung kombiniert mit diesem Mizuno Energy-Dämpfungsschaum, der eine sehr, sehr gute Energierückgewinnung hat. Das, was die Mizuno Wave sowieso schon immer hatte, einen guten Bounce-Effekt beim Antrieb und beim Antritt nach vorne. Und ja, deswegen nach wie vor gute Dämpfungseigenschaften, guter Vorwärtstrieb, sehr stabiler Schuh, sicherlich jetzt besser im Handball verwendbar, eher für Kreisläuferpositionen, vielleicht für schwere Rückraumlinke und Rückraumrechte unter euch. Aber da auf jeden Fall wärmstens zu empfehlen von Mizuno für 160 Euro im UVP, der neue Wave Momentum 2.